Samstag, der 16. November 2019. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen. Mit Mirjam Hanna. Samstagabend 19.25 Uhr. Herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen aus dem Saarbrücker Lotto-Studio. Wie immer live und in Farbe. Ich übernehme heute wirklich sehr, sehr gerne, was Chris mir hier überlassen hat, nämlich 15 Millionen Euro und ein Doppeljackpot. So, Kugeln und Ziehungsgeräte sind von unserem Ziehungsteam schon ordnungsgemäß überprüft und jetzt natürlich einsatzbereit. Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen und sage, Ziehung frei. Ja, der Chris, ne? Der hat mir eine Brutstraße in der Maske hinterlassen. Miri, wie du siehst, habe ich hart angespart. Bitte kaum nicht alles raus. Sehen wir mal, was dabei rauskommt. Hier ist auf jeden Fall schon mal unsere erste Kugel und das ist heute die 47. Denn es gab nicht nur keinen Tipper mit einem Supersechser, keine mit einem einfachen Sechser. Das ist natürlich gut für uns und für alle, die wir heute gekriegt haben. Kugel Nummer 2 ist die 25. Also 15 Millionen Euro in die ersten Rang. Das ist natürlich der ganz größte Kugel. Und wunderschöne 2 Millionen. Zwei Kugel, mal ganz ehrlich, wem würde das denn nicht reichen? Hier ist unsere Kugel Nummer 3. Es ist die 4. Ich fühl mich, ob ich gestern das Weihnachten feierst habe. Dieses Jahr ist es doch schnell runtergegangen. Das ist Wahnsinn. Da muss ich an die Oma denken, die immer gesagt hat, ne? Je älter man wird, desto schneller werden die Jahre. Kugel Nummer 4 ist da. Es ist die 1. Und mein eigenbauter Weihnachts-Counter und sagt, ja Achtung, noch 15 Tage zum 1. Advent und nur noch 38 Tage bis Weihnachten. Hier ist die 5. Es ist die 28. Und somit sind es 46 Tage zum neuen Jahr. Ich glaube, wer dieses Jahr noch Lotto-Millionär werden möchte, hat genau noch 13 Zielschancen dazu. Hier ist unsere letzte und sechste. Es ist die 16. Ja, so sieht es aus. Und hier sind sie, die eben frisch gezogenen Glückszahlen. Vielleicht können Sie ja mit genau denen hier ein unvergessliches Weihnachtsfest 2019 erleben. Der Weg zu unserem heutigen 15-Millionen-Euro-Glück steht hier und ist natürlich unsere super Zahl. Ich sage nochmal, ziehen Sie frei. Die eben gezogenen Zahlen reichen aus für die 2 Millionen im zweiten Gewinnrand. Wer jetzt hier unseren 15 Millionen Kracher will, der braucht natürlich hier unsere super Zahl. Und das ist heute die 1. Ich bin sehr gespannt. Dann schauen wir uns unsere Gewinnzahlen auf dem Monitor gemeinsam an. Hier sind unsere Lottozahlen 6 aus 49. 1, 4, 16, 25, 28, 47. Und die Superzahl ist heute die 1. Die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. 3, 4, 0, 5, 5, 2, 7. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6, 5, 5, 0, 9, 0, 3. Für die Zuschauer, das war es auch schon wieder für heute. Alle Quoten und Ergebnisse finden Sie wie gewohnt zum Nachlesen auf lotto.de. Und besuchen Sie uns nochmal hier in unserem schönen Studio. Dann sind Sie hautnah dabei, wenn vielleicht Ihre Glückszahlen aus der Maschine fallen. Die nächste Beziehung gibt es am Mittwoch live um 18.25 Uhr auf lotto.de. Das war es auch schon wieder.